Wisst ihr, liebe Schwestern, ich denke, ohne eure Hilfe und ohne eure praktische Unterstützung im Dienst eures Mannes würde euer Dienst, der Dienst eurer Männer, auch nicht zustande kommen. Und das wäre sehr schwer. Wer war schon mal in einem Boot unterwegs und hat nur mit einer Paddel gepaddelt? Ihr werdet nicht weit kommen, nicht wahr? Das wird sehr schwer sein. Wisst ihr, im Dienst, unsere Brüder, ich möchte auch gleich damit unsere Diakone meinen, unsere Frauen haben eine große Anzahl oder sind aktiv beteiligt. Sie verstehen das vielleicht nicht. Ich spreche nicht über den passiven Teil, sondern ich spreche über den aktiven Teil. Passivное участие может, знаете, принимать в нашем служении только посторонний нам человек. Einen passiven Teil in unserem Dienst kann nur jemand einnehmen, der entfernt ist von uns. Słuchte, сестры? Aber ihr nimmt einen aktiven Teil in dem Dienst eurer Männer. Aber nur in welchem Sinne, in welchem Sinne, kann man das verstehen, dass sie aktiv teilnehmen im Dienst? Nichts tun, nicht поддерживать руки мужа. Wenn man nichts tut und die Hände des Mannes nicht unterstützt, dann ist das auch aktiv sein im Dienst. только отрицательное, aber nur im schlechten Sinne. Meine Freunde, wir wollen, dass die Frauen unserer Männer die Hände ihrer Männer unterstützen und einen aktiven Teil haben am Dienst der Männer, dass ihre Frucht sichtbar wird. Amen. Und lasst uns sie fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass ihre Männer den Dienst des Ältesten annehmen. So lange sie sich vorbereiten werden auf diese Antwort, möchte ich sagen, vielleicht möchte jemand von ihnen so antworten. Bruder Viktor, du hast schon elf Jahre ausgelassen. Надо было elf Jahre назад uns об этом spрашивать. Vor elf Jahren hättest du uns das fragen müssen. Aber leider ist es so, wie es ist. Ich habe schon gesagt, die Gründe dafür möchte ich jetzt hier nichts sagen. Aber diese Brüder sind beständig im Dienst. Und weil wir sie heute noch einmal segnen möchten mit der Gemeinde und ihren Dienst noch einmal bekräftigen. Давайте wir ihre Frauen fragen. Sestra Irina, пожалуйста. Lasst uns ihre Frauen fragen. Schwester Irina, bitte schön. Sind Sie einverstanden damit, dass wir Ihren Mann, Bruder Oleg, einsegnen zum Dienst des Ältesten? Ja, ich bin согласен. Sie sagt, sie ist einverstanden. Ja, ich bin einverstanden. Ja, ich bin согласен. Ich bin согласен. Söge ich, дорогие meine Brathe und Söster. Und auch Schwester Sveta ist einverstanden. Söge ich. Habt ihr es gehört? Ja. Geben Sie vor Gott das Versprechen, auch Ihre Frau dabei, Ihre Kinder, versprechen Sie, das Volk Gottes zu lieben, der Gemeinde die Treue zu bewahren und von Ihrer Seite alles Mögliche zu tun, dass das Werk Gottes gebaut wird. Das Hauptsächliche, wo ich dich bitten möchte, ist im Gehorsam, dem Herrn zu sein und den Willen Gottes zu suchen. Bitte schön. Bruder Oleg sagt, ja, er ist damit einverstanden, so wie es auch in dem Lied heißt, dass er das Kreuz und die Leiden der Gemeinde trägt. Ja, участвовать in Dielen, in der служenden, mit den Brüdern, sie unterstützen. Und sein Wunsch war es schon in Kasachstan, aktiv im Dienst zu sein, die Brüder zu unterstützen. Vielleicht deswegen bin ich heute hier und diene. Ja, bitte, Bruder Fredy, was sagen Sie dazu? Mit Gottes Hilfe ist einverstanden. Bruder Roma, bitte. Mit Gottes Hilfe und mit euren Gebeten sind wir in der Lage, da durchzugehen. Möge der Herr euch und uns segnen. Habt ihr das gehört, Geschwister? Schwestern, Schwestern, wir fangen bei Ihnen an. Versprechen Sie, die Hände Ihres Mannes zu unterstützen. Mit Gottes Hilfe wird sie sich bemühen, Schwestern Anna. Sie wird mit Gottes Hilfe sich bemühen, und Schwestern Irina. Ja, mit Gottes Hilfe. Sie sind nicht einfach nur einverstanden, sondern sie sind auch einverstanden damit, die Hände Ihrer Ehemänner im Dienst zu stützen. Bruder, wir werden jetzt für euch beten. Ich möchte unseren gesamten Bruderrat bitten, hier nach vorne zu kommen. Der Bruderrat, das sind die Brüder, mit denen wir dienen, mit denen wir uns beratschlagen. Kommt hier nach vorne auf die Bühne. Ihr werdet uns unterstützen im Gebet. Ein Teil des Brüderrats sitzt jetzt auf den Stüren, auch sie werden eingesegnet, und deswegen sitzen sie jetzt da. Bratia, die Brüderrat, ihr könnt auch aufstehen, und auch hier nach vorne kommen. Das Volk Gottes, ich bitte euch aufzustehen, wir werden für unsere Brüder beten, und sie einsegnen. Die Brüder werden ihre Knie beugen, und auch ihre Schwestern hier kommen können, und wir werden Bruder Rudolf die Einsegnung durchführen. Bratia und Säustern, wir werden uns beten, dass Gott uns gebetet hat. Möge der Herr uns segnen.